Hey Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 3 Beta. Wir spielen wieder eine Runde Drop Zone und ausgerüstet sind wir mit Jump Pack, Personal Shield und der Cycler Rifle. So, ich sehe gerade wir haben keine Munition mehr fürs Personal Shield, aber scheißen wir mal drauf. Ah ne, dann hätten wir vielleicht uns lieber, ach egal. Wir brauchen kein Personal Shield. Das muss ich mir mal wieder zulegen. Habe ich jetzt verpeilt. Naja, who cares, ne. So, wir rennen jetzt mal hier hoch. Es hat gerade angefangen das Spiel. Und ich will natürlich mich irgendwie hier in die Top Spieler hocharbeiten. Aber dazu muss ich halt direkt loslegen. Oh fuck, jetzt sind die da zu zweit. Ich raste aus. Oh scheiße, was geht hier ab? Lol, Alter. Ich habe irgendwo festgehangen da leider. Waren bei meinem Partner rein. Komm, los geht's. Okay, den haben wir geholt. Jetzt könnte ich gerade guten Personal Shield hier gebrauchen. Okay, Headshot. Oh fuck. Jetzt könnte ich guten Personal Shield gebrauchen. Warum konnte ich nicht wegfliegen? Fuck. Na egal. Ich muss mich mal kurz räuspern. Das hat nicht viel gebracht, Leute. Meine Stimme ist genauso scheiße wie vorher. Ach egal. Obwohl, eigentlich ist es nicht egal halt. Da kommt die neue Rettungskapsel. Boah, was geht denn da bitte ab, ey? Und... Boah, ich trinke mal kurz was. What the fuck? Okay, und das war klug, Torben. Aber ich musste kurz was trinken. So, jetzt geht's wieder. Okay, da steht auf jeden Fall jemand vom Imperium. Okay, da haben wir jetzt leider nur einen Kilesist holen können. Aber egal. Hauptsache wir sind fürs Team da. Dann... Muss da irgendwo jemand... Ne, da nehme ich einen. Zack, Pot claimed. Von wo? Irgendwo schießt einer. Schade, der war... Wow, 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 wow. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Ich habe einfach spekuliert da oben. Okay, haben wir. Thermal Detonator. Oder... War kein Thermal Detonator, war so eine... Boah. Den kriege ich nicht. Da muss ich meine Sniper auspacken. Hat nichts gebracht. Aber den will ich haben. Oh fuck. Crap, Crap. Ah egal, hier ist so ein kleiner Unterschlupf. Und dann fliege ich. Boah. Boah. Da war eine imperiale Sturmtruppe. Hi. Okay, einen haben wir defeated. Crap, Crap, Crap. Okay, nice. Warum schiebt ihr nicht? Bitte was? Was passiert hier gerade schon wieder? Wow, 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 Leute. Und warum konzentriert sich keiner auf den? Jetzt habe ich nur einen Kisses dafür bekommen. Obwohl ich den... Quasi alleine gemacht habe, ey. Da unten wird gefeuert. Oh, Thermal Detonator. Von uns? Ne, von dem. So, komm. Gib ihm. Scheiße, man. Jetzt hätten wir wieder einen Personal Shield gebrauchen können. Huh, das ist gerade gar nicht so einfach alles. Von da kommen welche? Die müssen jetzt handeln. Nein, wir haben ihn gecaptured. So, aber die sind noch da unten. Das heißt, ich kann mir noch Kills holen. Eins. Und... What the fuck? Ja, lol. Was? Warum waren auf einmal so viele? Damit habe ich nicht gerechnet. Er probiert auf jeden Fall schön den Nahkampf aus. Ich habe noch nie den Nahkampf benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich eher weiter mit meiner Laserwaffe gefeuert. Mit meinem Blaster. Oh, der ist in die Duft geflogen. Bitter. Uh, Stormtroopers haben den. Warum sind das immer so viele auf Eimer? Ich dachte, ich könnte jetzt hier schon drei wegräumen. Aber ne. Hi! So, da war der Überraschungseffekt groß und... ...geclaimed. Alles easy. Da können wir uns noch einen Kill schnappen. Haben wir. Oh nein, jetzt bin ich auch noch in die Schlammgrube gelaufen und habe nur 24... ...Health. Und da ist eine Sturmtruppe. Ah, fuck. Der waren wir hilflos ausgeliefert, Leute. Oh, Alter. Orbital Strike. Ja, Orbital Strike. Mach da jetzt nochmal alles platt. Aber es sollte klar gehen, denke ich. Ich verhalte mich jetzt mal wieder ein bisschen defensiver. Sagt er, während er total offensiv drangeht. Okay, den habe ich. Shit, 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 shit. Alles gut. Boah, da oben sind viele. Oh Gott. Okay, den haben wir. Jetzt den. Nee. Fuck. Okay. Boah, aber wir haben ihn. Alles klar. Das war ein nicer Lauf. Da sind wir zwar nicht defensiv drangegangen, aber immerhin haben wir uns... ...gut geschlagen. Also mit dem Tod da kam ich klar. Der hat sich gelohnt, sagen wir es mal so. Mann. Dann entscheiden wir uns natürlich wieder für die falsche Seite. Machen zwei Kills, aber... ...das reicht manchmal nicht. Manchmal will ich auch einfach im Leben bleiben. Von wo? Irgendwo von da unten. Von da. Holy crap, holy crap, holy crap. Schnell dahin, wir müssen da defenden. Dann haben wir gewonnen. Oh, das ist mal eine lange Runde. Zehn Minütchen. Dann können wir aber trotzdem noch eine ranhängen. Weil das gehört sich so für den Spielmodus. Bei Drop Zone wird immer eine Runde hinten dran gehängt. Da oben habe ich jemanden gesehen. Oh. Da kam mir jemand in den Weg, den ich trotzdem nicht erwischt habe. Fuck, 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 fuck. Mann, und dieses Räuspern zwischendurch, der nervt mich. Wird euch wahrscheinlich auch nerven. Aber da kann ich nichts dran machen. Wir sind natürlich am Arsch der Welt. Aber Leute, wir dürfen das jetzt hier nicht verlieren. Also wir dürfen die hier nicht drankommen lassen. Wir müssen uns den jetzt schnell holen. Aber das sollten wir gewinnen. Das schaffen die gar nicht mehr in der Zeit vier. Also jetzt drei Stück noch einzunehmen. Bam, 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 bam. Ein Kill, ein Kill. Nice. Immerhin bei 1 zu 1 dann geblieben. Zack, und jetzt nochmal auf den Weg dahin. Okay, da haben wir noch einen. Noch einen. Schild. Mein Kill. Bleib hier. Gut. Hui. Den konnten wir noch gerade so holen. Wir noch versuchen, in die Liste der Spieler mit den meisten Kills zu kommen. Wenn es nur irgendwie geht. Komm. Komm zu Papa. Claimed. Nice und noch ein Kill. Schön. Das war nochmal gut jetzt am Ende. Wir werden unter den drei Spielern sein, die da gezeigt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Entweder mit den meisten Pots eingenommen. Mit den meisten Kills denke ich eigentlich nicht. Sollen wir schreien uns jetzt hier nochmal ordentlich an. Und lassen den Pot dann nicht capturen. Er checkt nicht von wo er beschossen wurde. Mies. Uh. Das muss weh getan haben. Und da haben wir gewonnen, Leute. Und wir sind Erster mit 28 Kills. Lol. Das war richtig gut, Leute. 28 Kills haben wir gemacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit sind wir der mit den meisten Kills. Und der mit den meisten Pots defended. Also besser geht es ja wohl mal gar nicht. Ähm. Ja, schön. Das war ehrlich gesagt eine ziemlich lange runde Dropzone. Aber wir hängen trotzdem noch eine hinten dran, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir es dann schneller machen können. Upsala. Nun. Nur das Räuspern zwischendurch nervt. Da muss ich nochmal kurz was drauf trinken. Ähm. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich raste aus, Leute. Obwohl ich überlege gerade. Ich glaube, wir hängen keine Runde mehr hinten dran. Sondern wir quitten hier. Weil man soll ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? Und äh, nein, nicht nur deswegen. Weil es natürlich für mich der letzte Tag ist, der Beta-Version. Und ich dann noch so viele Folgen wie möglich versuche, auszuhauen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In einer schnieken Folge, ähm, Walker Assault. Hier. Und ähm, ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Abonniert, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut herein. Und ciao. Ciao. Ciao.